Eine neue Innovationskultur, drängende Fragen rund um das Urheberrecht, Open Government, Fragen der Privatheit und Öffentlichkeit im Netz. Dies sind beispielhafte Umwälzungen, mit denen uns das Internet täglich konfrontiert. Diese Herausforderungen brauchen einen Diskussionsraum, wo Lösungsansätze erarbeitet werden können. Hier kommt das Collaboratory ins Spiel. Das Collaboratory ist ein Expertenkreis, der gemeinsam an den gesellschaftlichen Herausforderungen des Internets arbeitet und heute Antworten auf Fragen findet, die unser Morgen bestimmen werden. Das Collaboratory ist dabei ein Motor für Diskussionen, Sprachrohr der Teilnehmer und Netzwerk zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren. Als Motor treibt das Collaboratory die Diskussion über Zukunftsthemen an. Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen arbeiten Hand in Hand und bringen zukunftsfähige Perspektiven ins Rollen. Als Sprachrohr ist das Collaboratory darum bemüht, die erarbeiteten Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und den Diskurs über die behandelten Themen anzuregen. Zuletzt knüpft das Collaboratory ein Netzwerk zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik. In Workshops werden die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Teilbereiche zusammengebracht und gemeinsam Antworten, Thesen und Zukunftsszenarien erarbeitet. Auf Fragen nach Innovationskultur, Urheberrecht, Open Government, neuer Formen der Öffentlichkeit im Netz und vielen weiteren Themen werden auf diese Weise Antworten gefunden im Collaboratory. Untertitelung des ZDF für funk, 2017